In dieser Folge spreche ich darüber, was wir überhaupt als Dienstleistung erbringen und was du als möglicher Kunde davon hast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge und dieses Mal spreche ich ganz uneigennützig nur von uns. Nein, natürlich nicht nur von uns, sondern auch darüber, was du davon hast, wenn du mit einem Anbieter wie mit uns zusammenarbeitest und warum wir so sind, wie wir sind. Denn wir haben auch in den letzten Jahren einen historischen Weg hinter uns und immer wieder sprechen uns Leute an, was macht ihr eigentlich ganz genau? Und da es mehr ist als eine Tätigkeit, möchte ich das einfach mal in den nächsten Minuten ganz kompakt hier darstellen. Wir als NewGen AG sind mittlerweile zwei Jahre als Aktiengesellschaft, allerdings mit 100% Eigentum bei den Gründungs- oder beziehungsweise jetzt bei den Gesellschaftern. Das heißt, wir haben keine Streuaktien oder ähnliches, sondern alle, die die Teile des Unternehmens besitzen, arbeiten auch aktiv hier im Unternehmen. Vorher waren es die Kanzleistrategien GmbH, aus der die NewGen AG entstanden ist. Also ihr seht, das hat schon eine Dynamik auch im gesellschaftsstrukturellen Bereich. Da will ich auch gar nicht drauf eingehen, das würde euch wahrscheinlich langweilen. Das heißt, wir haben jetzt erstmal zwei verschiedene Strömungen. Das eine ist die NewGen-Linie und das andere ist die Kanzlei, NewGen-Kanzleistrategien-Linie. Und die Differenzierung ist einmal hier, dass wir sagen, NewGen steht für branchenneutrales Gewinnen von Mitarbeitern und die passenden Kunden über Online-Methoden. Und die Kanzleistrategien macht genau das auch, was die NewGen-Linie macht, nur mit dem Zusatz, dass sie das auch im Akademie-Bereich, auch Unternehmertum für Kanzleien weiterbringt, auch fachlichen Austausch macht, wie in Kanzleien zum Beispiel Online-Marketing gemacht werden kann, also Wissensvermittlung. Und Teams, die auch, ja, Teamentwicklungsmaßnahmen, allerdings nach sehr Start-up und innovativen Methoden, die halt in der steuerberatenden Branche normalerweise nicht Einzug halten im Standard. So, das heißt, NewGen für alle Unternehmen, NewGen-Kanzleistrategien mit dem Fokus auf Steuerkanzleien. Wenn du diesen Kanal abonniert hast, egal ob es jetzt YouTube ist oder ob es jetzt der Podcast ist, wirst du tendenziell eher zu der steuerberatenden Bereich sein. Deswegen gehe ich da jetzt mal darauf ein. Ihr könnt es aber übertragen komplett auf alle anderen Unternehmen, wenn es um Marketing geht. Was wir machen, ist nämlich Folgendes. Wir wissen, wie die Branche tickt, die Kanzlei oder die steuerberatende Branche. Da habe ich jetzt wirklich mehrere Jahre Erfahrung, habe viele Sachen mir angeeignet und weiß auch die Dynamik, auch was voraussichtlich in den nächsten Jahren auf euch zukommen wird. Und die Tendenz ist es ja immer mehr, dass es einen Mangel gibt an steuerberatenden Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen einen noch größeren Mangel an Fachkräften. Alleine in Bayern sind es gerade mal unter 10 Prozent der Kanzleien, die überhaupt im Moment noch ausbilden. Viele gehen auch raus aus der steuerberatenden Branche. Das heißt, meine Tendenz ist, dass innerhalb der nächsten Jahre eine gute Steuerfachangestellte oder ein Steuerfachangestellter oder wie auch immer Steuerfinanzwirt überhaupt noch sich auf 12 Stellen bewerben kann. Das heißt, das Verhältnis wird 1 zu 12 oder 1 zu 15 sein und da musst du als Kanzlei dich ordentlich aufstellen. Und das funktioniert halt nicht mehr über Stellenanzeigen, das funktioniert nicht mehr, indem du einfach mal online jemandem die Info gibst, der soll mal irgendwas bei Facebook posten. Nein, du musst der Erste sein. Du musst der Leuchtturm sein in der Region als Arbeitgeber. Aber auch bei den Mandanten ist es so. Du wirst immer mehr Mandantenanfragen bekommen und es werden so viele sein, dass du einen Fokus setzen musst, mit welchen möchtest du denn überhaupt arbeiten, damit du wirklich produktiv und in dem Team, was ja auch gut funktionieren muss, ansonsten sind die ja weg bei den anderen 11 oder 14 Kanzleien, dass da auch die Mandanten bzw. dass da die Mandanten zu deiner Kanzlei passen und deine Mitarbeitenden und du gerne damit zusammenarbeitest. Und dafür sorgen wir. Wir sorgen dafür, dass wir über ein funktionierendes und seit Jahren erprobtes System, was wir immer wieder durch neue Erkenntnisse verbessern, tatsächlich die richtigen Mitarbeiter gewinnt und auch die passenden Mandanten. Und dafür braucht es ein großes Team. Wir sind mittlerweile 35 Leute, Tendenz wachsend. Und mit diesen Menschen, die bei uns sind, haben wir verschiedenste fachliche, sehr gut ausgebildete und geschulte Mitarbeiter, die das Ganze auch umsetzen. Und dafür brauchen wir nämlich, um die Reichweite zu generieren, brauchen wir nämlich schon Fachkompetenz. Denn es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einen Suchenden abhole, der bei Google was eingibt. Dafür brauche ich Suchmaschinenoptimierung. Dafür brauche ich Google Ads schalten. Dafür brauche ich die Kompetenz, bei Google for Jobs die Anzeigen hineinzusetzen. Oder jemanden aufmerksam machen. Gewisse Mandantengruppen. Oder halt auch Menschen, die in steuerberatenden Branchen arbeiten, aber gar nicht aktiv auf der Suche sind. Da muss ich erstmal darum werben. Da muss ich informieren. Da muss ich auf Facebook, Instagram, LinkedIn, teilweise bei Azubis TikTok. Das sind alles dann die Plattformen, die ich da bespielen muss, um überhaupt erstmal eine Reichweite, überhaupt eine Attention, also Aufmerksamkeit zu bekommen, damit diese Leute sich mit dir als Kanzlei auseinandersetzen. Dann, wenn die Reichweite da ist und auch das Interesse, dann wird informiert. Zum Informieren brauche ich aber eine Webseite oder Landingpage. Landingpage sind eigentlich sehr schmale Seiten, wo nicht viel Ablenkung ist. Das heißt, ich kann eine Arbeitgebermarke aufbauen, sodass ich mich als Arbeitgeber attraktiv darstelle, ohne dass ich meine eigentliche komplette Webseite noch ändern muss. So, auf dieser Seite brauche ich richtig gute Texte, die passen. Deswegen sind wir alle verkaufspsychologisch geschult und wir schreiben die Texte so, dass es jeweils die Zielgruppe über ihre Motive anspricht, die vorher ausgearbeitet werden von Marketing-Experten bei uns. Dann geht es darum, dass authentisches Bild- und Videomaterial eingebaut wird. Wir haben fünf Foto- und Videografen, die quasi die ganze Woche unterwegs sind in ganz Deutschland, um die richtigen Fotos und Videos zu machen, die authentisch, echt und menschlich unser Slogan sind. Dann geht es darum, die ganzen Dinge zusammenzubringen in einem frischen Layout, was natürlich responsive ist. Das heißt, dass es auch mobil per Telefon gut aussieht, weil über 80% der Leute mobil mittlerweile darauf zugreifen. Dafür haben wir verschiedene Webdesignerinnen, die das Ganze entsprechend umsetzen. Und im Nachgang geht es auch darum, stetig immer wieder in den Köpfen der Leute zu bleiben. Deswegen haben wir ein eigenes Social-Media-Team, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als Posts vorzubereiten für Facebook, für Instagram, Reels vorzubereiten, auch kleine TikTok-Videos vorzubereiten, damit auch deine Kanzlei immer wieder, wenn es darum geht, mit dem Handy irgendwo zu gucken, immer präsent bleibt. Und das ist ein Thema, das bauen wir komplett auf. Und dafür braucht es verschiedenste Experten, die tatsächlich Hand in Hand alles fertig machen. Das kennst du wahrscheinlich auch aus deiner Kanzlei, da ist es ja auch ähnlich. Da gibt es Leute, die sich mehr mit den Lohn auskennen, mehr mit FIBU, manche vielleicht sogar noch mehr mit den 4-3-Hern, dann wieder welche, die im Bereich Gestaltung sind. Das heißt, umso mehr Expertise du hast in unterschiedlichsten Bereichen, umso besser sind auch die Ergebnisse für deine Mandanten und für uns ist es genauso, für unsere Kunden. Da wir festgestellt haben, dass Steuerkanzleien, aber auch andere Unternehmen meist weder die Expertise noch die Zeit noch die Lust haben, sich um das Thema Online-Marketing zu kümmern, nehmen wir das den Kanzleien und auch anderen Unternehmen komplett aus der Hand. Nicht, dass sie keinen Einfluss mehr haben, sondern wir führen Interviews, es werden ein paar Fragebögen ausgestellt und um alles, von der Konzeptionierung bis zur Umsetzung und nachher auch der Begleitung, übernehmen wir komplett alles. So, das ist das, was wir im Bereich Marketing-Services machen. Bei den Kanzleistrategen, also das ist jetzt auch das, was wir auch allen anderen Unternehmen oder Praxen anbieten, also wir haben auch Physiopraxen, Osteopathie, wir haben Industrieunternehmen, egal welche Branche es ist, da funktioniert es überall, ja, richtigen Kunden bzw. Mandanten anzusprechen und vor allen Dingen die richtigen Mitarbeiter anzusprechen und immer sichtbar zu sein als attraktiver Arbeitgeber. Bei den Kanzleistrategen gibt es noch einen besonderen Bereich, der ist bei uns aus drei bis vier Leuten gespeckt, das ist das Thema Akademie. Das heißt, wir bringen in innovativen Schulungskonzepten eine Mischung aus Videokursen, Live-Zoom-Calls, aber auch mit Live, ja, oder beziehungsweise Treffen in echt, bringen wir Kanzleiinhaber oder deren Mitarbeiter dahin, dass sie halt heute schon die Steuerkanzlei von morgen sind, von innen heraus. Unser bekanntester Akademie-Kurs ist, werde zum New-Gen-Kanzlei-Unternehmer. Dort bringen wir Steuerkanzleien in die Situation, beziehungsweise die Kanzleiinhaber, unternehmerisch zu denken, zu handeln und auch die entsprechenden Rahmenbedingungen für deine Kanzlei zu schaffen. Damit du endlich mal von dem Reagieren wieder ins Agieren kommst, ja, dass du wieder der Chef bist, der bestimmt, was gemacht wird und auch die Kanzlei so ausrichtet, dass sie so ist, wie du sie haben möchtest. Zusätzlich gibt es auch Kurse, die zum Beispiel Online-Marketing-Kompetenzen vermitteln, so dass die Mitarbeitenden oder jemand aus der Kanzlei wenigstens weiß, wie wichtig das ist und was es alles ist. Das ist so ähnlich, als wenn ihr dem Mandanten die Grundlagen der Buchführung mitgibt, ja, dann können die auch besser mit euch zusammenarbeiten. Das ist auch ein Kurs. Oder aber wir machen tatsächlich Kanzlei-Entwicklung. Da begleiten wir zwölf Monate lang die Kanzleien darin, die Mitarbeitenden, indem wir denen dann halt auch beibringen, wie man über sogenannte Objective-and-Key-Result-Methoden, wir nennen das in der steuerberatenden Branche Bierdeckelprojektmanagement, das so weitergeben, dass die Mitarbeiter auch Lust und Zeit haben, eher Lust, die Zeit musst du als Kanzleienhaber ihnen geben, mit an dem Kanzlei-Entwicklungsprozess zu arbeiten. Und das über Konzepte bzw. innovative Techniken, die schon seit Jahren z.B. in der IT- und der Digital- und Start-up-Branche genutzt werden. Und die haben wir adaptiert in die steuerberatende Branche. Funktioniert mega. Und last but not least, Honorar-Erhöhung für Profis. Da geht es vor allen Dingen darum, wie du es schaffst als Kanzleienhaber, auch so zu kommunizieren und die Pakete so weiterzugeben, dass der Mandant auch gerne die Preise zahlt und die Stunden, die du oder dein Team geleistet hat, auch gerne alle so abzurechnen, dass die bezahlt werden. Damit schaffen wir signifikant höhere Umsätze in der Kanzlei und dadurch, dass es ja mit dem gleichbleibenden Personal und Mandantenstamm ist, natürlich nicht nur die Umsatzentwicklung nach oben, sondern das ist gleichzeitig Gewinn. Aber wenn ihr täglich das, du als Steuerberater weißt es natürlich. Das sind die Dinge, die wir als New-Gen bzw. New-Gen-Kanzlei-Strategen machen. Ich hoffe, der Überblick hat dir jetzt auch geholfen und diese Folge werden wir mit Sicherheit jetzt auch häufiger mal weiter verlinken, wenn es darum geht, was macht ihr eigentlich? In diesem Sinne, vielen Dank und in der nächsten Folge geht es wieder ganz um dich. Ciao, ciao! Das war nur ein kurzer Einblick. Du möchtest wissen, wie du deine Herausforderungen lösen kannst? Dann bewirb dich unter www.newgen.ag für dein individuelles Strategiegespräch mit einem New-Gen-Experten. Bereits dieses kostenlose Erstgespräch wird dir massiven Mehrwert bringen. Ob du im Anschluss mit den New-Gen-Kanzlei-Strategen zusammenarbeiten möchtest, entscheidest du einfach nach dem Gespräch. Nutze jetzt die Zeit, um zu den Gewinnern im digitalen Wandel zu gehören. Melde dich jetzt www.newgen.ag Belgen.ag